moin heute was geht willkommen zu einem video auf meinem kanal ich hoffe euch geht es gut heute spielen wir mal wieder eine runde rocklich mit dabei ist der crazy ghost wieso man dich jetzt also mit dem youtube account ich habe keinen bock den namen gerade auszusprechen deswegen sei es gar nichts dazu heute heute mal etwas anderes video als sonst keine ahnung was immer live schieben und so und ja ich muss halt ein bisschen vor produzieren deswegen ja leute und ich bin lost im spiel und wundert euch nicht was crazy sagt weil der labert sowieso das so immer nur scheiße also von daher essen die doch schon also blende sie einfach aus ist am besten nein das ist nicht gut auch so leid es tut mir nicht leid ich nenne das rocklich mit den noobs ah nee kann ich nicht dann mach ich tiktok nach tiktok content danke dafür ja ich sehe es oder hab's vorne wieder ich denke mal wir spielen so circa zwei runden oder so ja 3 2 irgendwie so und dass wir direkt Tor ich wollte nicht abstimmen das sah nur so aus er wollte nicht abstimmen ob er eigentlich wollte er es nein nein das sah nur so aus er boostet nur so übelst ja 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 versteh schon das sah nur so aus ja 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 auch nur sie wollen wir haben uns schon ein bisschen warm gespielt weil da hatten wir auch ein YouTuber da drin aber ich habe ihn nicht gefunden wie sein Kanal heißt ab und machte ja ich habe ihn gesucht wie da ist auf YouTube also sein Kanal gesucht aber ich hab ihn nicht gefunden ja und ihr könnt ja auch sagen ob wir vielleicht sogar mehr von diesen Videos machen sollen oder einfach mal ein anderes Spiel wir haben was haben wir ich habe so viele Spiele ich habe alles eigentlich gefühlt auf Swiggen Breakpoint müsst ihr auch mal wieder weiterspielen kam auch schon lange kein Content mehr zu crazy Staub wieder ab das war eine Rache wegen vorhin weil du mir den Ball auch amt Staub warst so das war's so jetzt sind wir aber quitt ja 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 jetzt sind wir wieder normalen Menschen er nicht ich schon ähm was ja ich bin nun mal du nicht ich bin da war's stark stark als man das gesehen hat stark crazy ich werde so aufgerammt jetzt ach so aber ich bin halt weg aber ich kann trotzdem noch eure Kommentare beantworten also schreibt ruhig was in die Kommis und dann ja antworte ich schon ja ich auch ich bin jetzt auch für das Wochenende zwei Tage beim weg nicht das für ich würde in den Ferien in zwei Wochen dauern Mensch ach so ja ja stimmt er ist zwei Wochen weg und ich bin zwei Tage weg also das Video kommt halt dann wenn ich äh nicht mehr da bin und deswegen muss ich jetzt ein bisschen fortproduzieren und da der Grace sich freiwillig gemeldet hat nehm ich jetzt mit ihm paar Videos auf ich hab mich nicht freiwillig gemeldet wir haben vorher erst du hattest die Idee du Affe hehehe aber ich hätte ja auch gesagt weil ich will auch machen und ich mag eigentlich auch Geld also ich denke mal in den Ferien wird es so vier vier Rockleach Videos geben oder was meinst du so fast schon es geht eigentlich ja heute Abend schon aber halt ich meine jetzt so in den Ferien da kann ich ja nicht vielleicht vielleicht kann ich da vielleicht kann ich da auch irgendwie Dings Highlights rausschneiden aber darauf habe ich ja weniger Lust weil erstens ihr guckt euch die streams also einige gucken sich die streams wahrscheinlich sowieso im Nachgang an und spulen zu den Highlights halt vor und ja deswegen ja deswegen hab ich gewinn ja ist egal wir machen das schon wir produzieren ein bisschen vor und dann passt das dann wäre es ein bisschen hoch ja braucht ja ein bisschen braucht ja ein bisschen Content ne ja ich auf jeden Fall ich hab jetzt null Videos wieder deswegen ja aber jetzt hab ich wirklich alle Videos drauf ne nego ja 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 das ist der spielstil von crazy groß beziehungsweise leandro oder so oder so einfach weg catchen es könnte war der noch bringen so ein videos weißt du werke und drei ein bisschen das ist ja auch motto war für kann ja auch wieder ein bisschen bringen ja ich nicht ich habe das nicht was du hast du schon aber du hast heute geladen wo wollte ich es schon die ganze zeit tun ich habe kein speicher da muss ich nur noch ein video ein dings haben da habe ich nur noch ein spiel und das wäre dann gta aber wenn die ist dann weg wieso löscht auch dings bio 3 wenn du modemhof hast das ist schon eine legende ja schon aber dann kauft hier eine festplatte und dann passt ja die festplatte kannst aber auch an die ps5 anschließende jemand hat mal gesagt er hat 100 terabyte für 10 euro bekommen gibt es ja noch niemals vor allem für 10 euro so ich hier könnt ihr auch unseren club sehen sie die wird klappt hinter alle gerne reinkommen aber sie nur drunter schreiben dass sie reinkommen wollen ja ja so weiter geht's nächste runde einmal mal der eine will den dings der eine will der revanche alles klar ja dann los der einladen 208er ping komm herbekannte vor von mir ne ja von mir selber auch also ich weiß es also hä also läuft was machst du ja dann bringe ich noch irgendwann go stream breakpoint wieder ein bisschen bisschen story weiterspielen für euch und was können auch bringen ja denkst du halt der rofer vielleicht nein ich will schon ich bin da will ich auch schon high quality content haben also so bo3 oder so bo3 so neue spieler ja und wenn das so ist ist halt meine meinung dazu jeder hat hat besteht hat anders dazu sagen wir müssen mal so ich stehe dazu dass wir drei ja gut ist es schon aber es ist halt veraltet das ist nicht mal dass das ist eine legende so wie wir uns ja ja danke dafür das war ich nicht was soll glatt das war jungen vor deiner mutter oder was nichts die ist logik von ihm schau mal verstehe sie einfach nicht ich auch nicht hast du das man wo warst du schon wieder hinten einem gegnerischen tor dann ernst ich wusste ich habe mich irgendwie verweckt glaube ich frage mich nicht wieso ich sehen kann aber es passiert mir einfach nur und da seht ihr mal wieder die logik von leandro ganz toll aber heute kommt ich weiß es ist ja gar nicht heute aber oder ich darf den schon heute hoch um den restern weil dann nötig wo ist die logik weggerannt es muss sein erst musst du dein eigenes video machen ich habe gerade ein video mit mann mit meiner anmoderation ja 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 es ist doch schön ich habe auch gesagt da meine ist die show auch noch mal hallo ja aber ein kräftiges hallo habe ich gesagt glaube ich sonst würde ich gar nicht so gut spielen dein spaß ich bin so scheiße eigentlich oh ja oh ja hat sie gesehen spiel und nicht auch dankeschön 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 gegner sehr nett mein gegner sind doch wie oft denn noch forsten und platte und weiß nicht was und strengel wenn es das überhaupt gibt auch nein ach du vor das gesicht danke dafür ach du heimatland nur mit dem ach du heimatland ach man wieso immer ach komm der hat mich sogar gerammt dieser feld nixen bomba guck mal wie der aussieht so also also wir sagen es jetzt einfach so sie haben ein sieg gesehen und eine niederlage das passt schon wir wollten ja noch mal zeigen wie wir verlieren ich spiel wenigstens ja normal ja ich auch der schläger für spaß so er schreibt geh raus ja 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 ne ist offen nö guter krass oh das berechnung berechnung die berechnung wurde doch nicht von albert einstein gerechnet deswegen haben wir es nicht geschafft aber meine berechnung wurde von ihm berechnet das wie jetzt ein koko koko meine berechnung ist berechnung ist berechnung sehr stark von crazy er konzentrieren er konnte den berechnung hat er hat so ja fahr mal ruf jetzt lieber fahr mal ruf jetzt dann hab ich so ja ok gesagt und dann klar oder red bitte was normales was normales was zum spiel zum beispiel was von den gegnern habe ich eine telefonnummer für ihn kann ich ihn fragen nein also ich selbst warum hast du crazy groß gleiche frage ach ein ehrentreffer der geht ein ehrentreffer geht selber gefragt schön aber ich denke nicht dass er deutscher ist mehr sage ich nicht dazu der ist india oh guck mal guck mal er wollte schreiben glaube ich weil er wollte schreiben glaube ich denkst du auch nein dass man guck mal wer sich jetzt bewegt englisch französisch stein im englisch ja moin für ehrenlos er hat er er hat er sie sind sie noch ein tor schießen nicht so ich hoffe euch hat das Video gefallen wenn es ist was legt da wir sehen uns nächsten video bis dahin schaubel zu sagen